äh, ja, dann ernten wir das hier gleich, ab, abernten, halt abernten, ja, hat er, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was, oh, dieses Spiel ist voll beruhigend so, ohne Witz, ich hab gar keine Fackeln mehr, seh ich grad, ist aber auch nicht gut, okay, da geh ich jetzt noch nicht runter, da geht's ja auch runter, ne, na, äh, da liegt noch was, ne, ne, so könnten ja die drei Eisen schon durch sein, oder? Nee, doch, äh, drei, vier, Entschuldigung. Wenn ich jetzt wüsste, wie diese Scheiß-Mod da, also, ja, Scheiß auch nicht, äh, diese Mod heißt, äh, wo's dann automatisch Sachen runterzieht. Äh, warum baue ich das hier ab, wenn ich noch nichts gebaut hab, ne? Ähm, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, ähm, eins, zwei, eins, zwei, dann nehm ich mir das aber mit. So. Pix-Axis hab ich ja jetzt wieder ein paar. Ne, die Zombies mach ich aber erst in der Zukunft, dann anz, sag ich erst mal ein bisschen, so, den Stress kann ich mir jetzt nicht auch noch anziehen. mit dem Viechern. Okay, Sackgasse. Aber hier ist alles. Kann ich ja mitnehmen, ist ja egal. Ach, man hört das gar nicht mehr, wenn die Teile kaputt gehen. Okay. Also, ich hab zumindest jetzt nichts gehört. Hui. Ich will immer hüpfen, ne? Der ist noch von damals gewumpen, dass man rumhüpfen muss. Ach so. Nehme ich dann beim Hochkommen mit. Die Kohle, ja, die kann ich ja dann später auch mitnehmen. Ich will ja, kann jetzt auch eine Sackgasse. Hier ist ein bisschen Eisen. Das nehmen wir natürlich mit und die Kohle dann auch gleich. Nach dem, was ich so im Kopf alles so geplant habe, was ich vielleicht bauen werde, etc. Ja. Das ist ein Haufen Zeugs auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht gerade so so 4 mal 0. Also, ich hab schon was vor, ne? Ich bin noch im Überlegen, ob ich da dort bleib, wo wir jetzt gerade sind. Mal gucken. Könnte man eigentlich was recht geiles draus machen. Also, ich bin noch nicht mal, aber... Was ist das dann noch? Ich bin noch nicht. Weil ich noch nicht so gut bin. die die was ist denn das also das ist auch ein das kommt durchs licht jetzt ist seltsam vor ach so okay das sei jetzt gerade aus wie redstone oder so das ist ja auch Eisen schon richtig bin ich schon richtig Spinner nicht ganz doof so boah wie viel Kohle ne ohne Witz so viel Kohle hier das ist ja Wahnsinn kann ich ja gar nicht schleppen wie ich hier finde und dahinter noch Eisen so ist die restlichen also ich bin wieder in der Schlucht ok wo bin ich denn jetzt hingelaufen war ich da oben oder war ich da vorne ich weiß es nicht mehr ich glaub da oben war ich oder man wie ich mir nichts merken kann ne ne ich war schon hier ich muss noch da drüben ist irgendwo Lava also wir werden hier nie wieder rausfinden so viel steht schon mal fest ne oh ey da war noch eins wo geht's denn dahin gibt's denn noch meine Schlucht oder was ne Sackgasse ok oder dafür nehm ich schon noch mit hier mach ich gleich am Anfang ne Höhlen Expedition und dann hab ich Sachen und muss nicht mehr später dran denken ne das ist ja auch der Sinn der Sache also so hab ich das im Kopf immer mach ich eigentlich immer am Anfang wenn ich irgendwie anfange oder so erstmal in die Höhle durchforschen das ist das Erste äh ne das muss ich zumachen da bleibt mir nichts anderes übrig weg 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 um wie v!" weg Hazel Hä weg 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 Ich weiß, dass ich da lang muss, wieder zum Wegen hochdenkst, ich muss ja irgendwie dann wieder in die Schloch kommen. Ich komme nie wieder raus, ich komme hier nie wieder raus. Ich vergrabe mich immer mehr in die Tiefe. Ich glaube, das läuft sich in die Sackgasse raus. Da ist nur Kohle, das lasse ich hier. Den wird nie noch so viel. Da muss ich dann wieder hoch. Also, da geht es hoch, okay. Geht es denn da hin? In die Sackgasse, okay. Ja, genau, ich hau mit dem Ofen zu. Eisen kann ich eh immer gebrauchen. Braucht man mehr wie Kohle. Und da marschiere ich wieder hoch. Ja, wieder hier raus, genau. So, wo geht es denn da hin? Achso, da bin ich jetzt wieder hier. Ah, okay. Ach, genau, hier geht es. Dings, genau, genau. Ja, ja, ich kenne mich schon aus. Ich weiß alles, ich bin Profi. So, hier ist ja nur noch das hier dann. Okay. Machen wir hier mal zwei, drei Fackeln rein. Wobei ich jetzt, ich sehe es ja selber in der Aufnahme gerade. Es ist da irgendwie mega finster. Und bei mir ist alles so hell durch die LED-Bildschung. Und weil ich alles auf hell habe. Und ja, das ist sehr komisch. Aber ein richtig schönes Bild. Also das Texturmpack, muss ich wirklich sagen. Also das gefällt mir schon. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das ist. Irgendwas mit Wolf oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das einfach gezogen, habe mir das angeguckt. Und das hat mir gefallen. Komm, da können wir aber ein bisschen was mitnehmen wieder. Sonst näher dich ja gar nichts mehr ab. Ja, so ist das. So, da gehe ich zurück, weil hier habe ich, ne, da ging ja noch ein Weg hoch, oder? Da bin ich jetzt, ne, den habe ich, den habe ich, da habe ich eigentlich vergessen. So, da habe ich noch mal umgedreht, weil es war nur eins, aber egal, war ein Eisen. Da geht es auch hoch, okay. Komisch. Aber da habe ich auch schon Fackeln gesehen da oben. Da gehe ich immer wieder zurück. Da habe ich noch mal umgedreht, dass ich mich verwundert, dass ich noch keine irgendwie Lava-Quelle oder so gefunden habe. Ich bin ja eigentlich auf der Tiefe, oder? Äh, fast. Wie. Was ist denn jetzt hier los? Es ist so viel Eisen gerade hier. Oh, Gold. Hallöchen, Gold. Hallöchen. Hey, ich bin reich, ich habe Gold gefunden. Yay. Wow. Ergibt keinen Sinn, aber egal. Das muss so, das muss, das muss. Und es muss halt da muss drinnen rein. Egal. Ach, egal. So, blub, blub. So, dann hier. 3, 4 und 5. Oh, Gold, 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 Gold. Da bin ich schon auf Goldtiefen. Da müsste ich doch auch irgendwie auf Diamantentiefen sein. Kann das sein oder das Diamant? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ist ein Diamant, wenn ich so empfinden würde, wäre schon mega, ja, mega, mega geil. Also, ich vergesse immer, wenn ich hier runterlaufe, dass ich die Fackeln noch mitsetze. Weil ich ja Licht habe, ne? Ohne Witz. Wie soll ich denn hier jemals wieder rauskommen? Das ist wirklich so. Ich finde die doch nie wieder raus. Irgendwo ist Laber. Da ist ein Lappler. Da ist noch Kohle. Da ist noch Eisen. Da ist noch. Wo ob sie die haben, würde ich mich auch freuen, wenn ich irgendwie Lava, ob sie die an Dings finden würde. Ich habe dich genau gesehen, du kommst mit. Aber nicht mit der, du kommst mit der. Hör dich nicht schmerk. Von hier komme ich etwa, ich glaube schon. Hier ist eine Sackgasse. Hier war eigentlich auch nichts Besonderes. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann marschieren wir mal wieder zurück. 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 Also, das wollte ich auch. Hier war ich, glaube ich, doch schon unten, oder? Ja, ja. Von hier bin ich, glaube ich, gekommen, oder? Bin ich nicht von hier gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen, genau. Ja, okay. Dann weiß ich es ja wieder. Aber da lag noch irgendwo was. Habe ich schon genau gesehen. Ja, genau, hier habe ich mich ja hochgebuddelt, glaube ich. Schweiß ist nicht mehr. Gott, hier geht es auch wieder runter. Also hier ist eine Sackgasse gleich. Okay. Oh, es ist so fenster hier. Es ist so fenster hier. Halt, von hier komme ich hier. Da unten war ich. Da war ich auch und gehe mal wieder zurück. Da muss ich doch auch schon mittlerweile drei Stacks Eisen haben, oder? Kann das sein? Ich habe beim vierten schon angefangen. Wow. Also da ist ja wieder die Schlucht, ne? Ah, ja, ja, ja. Ich kenn mich wieder aus. Hier. Hier war ich etwa auch schon. Ich gehe auch schon alles durch. Okay. Also das ist das hier. Ah, ja, ja, ja. Hier war ich wohl noch nicht durch. So, doch, 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 doch. Okay, gehe ich wieder zurück. Ich gehe auch schon durch. Ich bin. Geht es denn da? Also. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020